Guten Tag, mein Name ist Steffen Wintermeier. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Hotdesking mit Gemeinschaft funktioniert. Dazu habe ich ein kleines Video vorbereitet. Sie sehen schon, da sind ein ganzer Satz Telefone auf dem Tisch. Wir telefonieren jetzt immer vorne von diesem Astra-Telefon. Zuerst das Siemens Open Stage und dann hinten das Snom 360 an. Ich fange einfach mal an mit dem Video. Jetzt kommt der erste Anruf. An die 2005, das ist das Open Stage. Wir sehen jetzt den Anruf, Hans Muster. Jetzt rufen wir die 2003 an, das ist das Snom 360 hinten. Jetzt loggen wir uns am 360er mit dem User 2005 ein. Bitte geben Sie Ihr Passwort, gefolgt von der Raute-Taste ein. Sie sind jetzt angemeldet. Bitte warten Sie. Zum einen loggen müssen wir Stern 02005 wählen und dann werden wir vom System aufgefordert, das Passwort für diesen Account einzugeben und mit der Raute abzuschließen. Jetzt bootet das Telefon und holt sich die neue Konfiguration. Wie dieser Prozess funktioniert? Dazu gibt es einen separaten Screencast, Provisioning für Snom-Telefone oder halt für andere Telefone Provisioning per DRCP. Jetzt spulen wir mal ein bisschen schneller vor, weil das dauert jetzt bei dem Snom schon eine Minute oder so. So, jetzt ist der User 2005 an diesem Telefon eingeloggt. Wenn wir jetzt wieder von dem Telefon aus anrufen, klingelt das Telefon und wer es bemerkt hat, mit dem gleichen Klingelton, wie vorher. Das heißt, der Klingelton ist mit umgezogen von dem Siemens Open Stage auf das Snom 360er. So, das war es zum Hotdesking mit Gemeinschaft. Das Interessante ist halt, wir können es über verschiedene Telefone realisieren. Das heißt, man kann sich erst bei einem Siemens einloggen, dann bei einem Snom, bei einem Grandstream, bei einem Astra. Welche Telefone auch immer vom Provisioning unterstützt werden, sind dazu in der Lage. Und es werden nicht nur Wahlwiederholungen, Telefonbücher und so weiter, sondern auch Klingeltöne mit übertragen. Und somit kriegt man immer das gleiche Feeling, egal bei welchem Telefon man ist. Natürlich kann man das auch alles mit dem gleichen Telefon machen. Das heißt, wenn jetzt in einer Firma 20, Normen 360 sind und man in unterschiedlichen Büros ist oder mal in einem Konferenzraum ist, dann kann man sich in dem Konferenzraum schnell auf den Telefon einloggen. Dann wird automatisch das vorherige Telefon ausgelockt und man hat sein Telefon-Setup im Konferenzraum. Wie gesagt, wir haben zum Provisioning einen eigenen Screencast. Bitte kurz mal angucken und ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Gemeinschaft.